Wo geht ihr hin? In der Mittelring hoch. In die Ritterburg? Ne, einer ist schneller, einer ist schneller. Ich bin der schnellste, glaub ich. Ja, doch, du bist der Erste. Ne, 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 bleibt gechockt, der ist gechockt. Oh mein Gott, ich hab die Shotkanne bekommen und mir runtergesprungen mit einem. Hier ist nichts. Gibi, Alter, ich wollte schon im Bett schnell. Warum würde er mich jagen, wenn ich eine Shot in der Hand hab? Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe. Ja, ja. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe. Ach, ne, Revolver, aber Revolver bestimmt nicht. Leute, ich hör nichts, ich muss Sound hören, bei mir sind immer Leute. Habe jemand eine Shotgun? Ob ich eine brauche, ob ich eine hab? Nein, ob du eine brauchst. Ne, ich hab eine nicht. Hört gar nichts. Ja, komm her. Du sollst Shotgun. Hehehe. Oh, da ist noch hin dran. Nice fun. So lebst du was nicht? Ja, es geht schon. Boah. Digga, die haben komplett keine Hände hier bei mir. Was machen die? Ich hab grad so ein Snap kassiert von mir. Ich bin da auch im Spaß, oder? Ah ja, komm her. Okay, ich hab überlebt Leute. Der Weihnachtsmann. Geht doch nicht mal welche. Kann man ins Backsteinhaus gehen? Ich komm auch gleich ins Backsteinhaus, ja. Warte, aber hier ist noch eine Kiste bei mir. Und noch eine Shotgun, falls einer will. Ne, ich glaub ich hab schon genug verteilt. Hier in dem Backsteinhaus ist noch jemand, glaube ich, drin. Es ist vorbei, glaub ich, Jungs. Nein, Pero. Lauf, 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 mach alles was du kannst. Ich kann nicht spielen. Ich kann nicht bauen, das ist so dead, die sind alle weak. Scheiße, können wir nicht brechen oder finischen die dich? Er nennt eine Kiltigraut, irgendein anderer Kiltig. Warte, 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 warte. Ich bin ganz smart, Digga, ich verstecke mich jetzt hier einfach. Er kümmert sich um die Gartweiz. Wer schießt da bei dir im Aura? Da ist auch noch einer in der Garage. Zwei müssen das saubern. Neunzig, neunziger Hit, neunziger Hit. Der Mack fehlt. Ja, sind zwei, sind zwei. Also noch einer lebt. Wo ist denn Piero, wo ist denn Piero? Ich schläge hier unter der Mülltonne. Oh, was warst du? Ich dachte, ich hab gebaut, ne? Ich hab 200er Trank, nehm das direkt. Wow. Mehr Ehrenmann geht nicht, Digga, du gibst ihm echt den 200er Trank. Ich muss du ihm eigentlich gar nicht geben. Oh, wo ist der? Eine Ahnung, er hat nicht auf uns geschossen. Mann, ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Ist alles so verlockend. Wir müssen in dem Haus hier neben uns zeigen, gell? Komm, ich hab einfach die Farm, was es will. Ah, die kann ich holen. Wo, in welchem Haus? Ich hab einen Madpack, weil es ja einer will. Auf Bord, hier. Hier war noch eins. Rechts von uns Jungs und Mädels am Bus. Der ist, wo ist der hin? Der war hier gerade. Ah, rechts, rechts, rechts. Warte, ich hab auch noch hinter dir. Er ist weg. Oh, ich hab ihn erst One-Shot. Boah, ich bin Headshot. Hier sind mehr, hier sind mehr, hier sind mehr. Hier sind mehr, hier sind mehr, hier sind mehr. Ich hab ihn direkt Headshot gegeben aus dem Abbau. Ach, kann er in der Mini-Shieldies geben? Ja, im Moment. Ja, kann auch mehr noch, Franz. Danke. Schiss, irgendwo. Im Haus, im Haus ist er da, glaub ich. Da hier links von uns im Haus war auch noch einer eigentlich. Ja, das ist im Haus bei mir. Ich glaub nämlich auch. Okay, im Haus bei mir, im Haus bei mir. Komm, komm drüber gleich. Ach so. Wo bist du hier? Da. Ja, im Haus irgendwo. Links von uns müssen auch noch welche in dem Haus sein. Oben oder so. Ja, safe call. Ball call. Ich bin oben. Ich bin auch hinterher grad. ICN. Quick. Noch einer. Unter mir. Ja, er läuft andere Hälfte des Hauses. Er läuft runter jetzt. Ja, er läuft ganz runter. Er ist gegenüber von uns auch. Er ist ganz runter genau. Ja. Wohin willst du hin, Mann? Wo ist der? Da hin? Untergrund. Ich hab ihn so geklaut. Oh mein Gott. Ich hab auch hier einen gerade gepusht. Ich hab einen Jump Pad. Ich hab einen Schlerp. 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 Da gucken wir auch nicht schlecht. Hier sind noch Mini-Shieldies. Hier oben. Ja, rechts. Ja, gern die mal. Ja, hier ist noch ein großer Trank. Kann den jemand mitnehmen? Klar, nehm ich natürlich mit, Bruder. Nehmt du sogar. Ich kann die kleine mitnehmen. Ja, für selber mit. Ah, da sind noch welche drin in dem Backstein-Haus. Hab ich grad einen gesehen. Im Backstein-Haus? Oh, ja, der ist unter der Treppe da. Jetzt direkt. Ach geht's. Ach, 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 ob er da kämmt immer noch. Kämmt er hier unter der Treppe oder was? Oh mein Gott. Hab ihn. Schön. War das der Einzige? Ne, 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 ne. Ne, ne, war er nicht. Wo ist Yussef? Anführung, müssen wir nicht machen. Yussef hat noch Brüder, die Yussefs kommen nie alleine. Ich bin ganz oben. Er hat noch Ombres hier irgendwo. Ja, dann sind die nicht hier aber. Also nicht hier in dem Haus, aber die müssen hier in der City sein. Hier ist noch eine Kiste. Ich denke mal nicht, dass er alleine war, weil der hat sich noch versucht zu verstehen. Ja, wir stecken jetzt. Hier ist ein Big Shieldy, kann es anders stacken? Es liegt im Backsteinhaus. Gib's. Gib's, machen wir. Ja. Ja, genau, stimmt. Okay, ja, dann lass uns gehen, würde ich sagen. So hier? Wart ihr da schon drin? Im Keller und so? Ja, sieht so aus. Aber es sieht so aus. Ah doch, ich sehe einen, Leute. Ehm, 15 bei dem Boast, der ist aber irgendwie alleine, glaube ich. Der Cross gerade. Vielleicht ist das nach dem sein Maid. Ja, warte, ich jag den. Der ist hier. Der steht hier oben drauf. Warte, der baut sich gerade. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Rechts, rechts ums Hausraum baut er sich. Ja, er ist oben im Haus jetzt. Bei mir. Er ist oben, über mir. Oh fuck, meine Treppe war nicht so gut. Ah, ist schön, ja. Oh, hier ist ein Team. Oh nein. Zwei Stück mindestens. Nein, 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 nein. Ich kann meine Schocken nicht aufheben. Ich kann mich aufheben, bitte. Dort, wo ihr gebaut habt. Die pushen euch. Oh mein Gott, geh weg. Warte, warte, geh weg. Ach scheiße, Mann. Ich muss das lösen. Oh gut, oh gut. Mach das. Sind die Kiwi. Ah, ich sehe den ein. Nein, nein. Liebe Mago. Nein, so, so, unnötig. Ich muss das lösen. Ich hielt die einfach auf. Ich hielt die einfach auf. Er ist 1-Dot. Krieg's ihn? Es war noch einer. Der fehlt, glaube ich noch. Der baut irgendwo. Er baut sich in dem Haus hier raus. Ja, der ist unten. Gott hat mir noch einen Hartenhit gegeben. Scheiße, Mann. Wieso finischt der euch? So ein unnötiger Typ. Ah, er hat mich nur geholt, wenn ich gestalkt war. Aber gut, hab wir trotzdem eigentlich nicht. Ja, mach das jetzt einfach. Ich hab ne blaue Farmers. Warte, ich nehm die Pistole dafür mit. Da hab ich mehr Bock drauf. Oh shit, wir müssen laufen, Piero. Ja. Das waren echt die Mates von Yusef, ne? Die haben so eklig gewartet. Hast du Shieldies? Wir nehmen die alle mit, ne, Piero? Ich hab keine, ne. Fuck. Warte, komm mit, Piero. Lass komplett aufmachen. Lass komplett aufmachen. Lass komplett aufmachen. Adrenalinkick, ja, ja. Scheiße, wir haben die ganzen Shieldies nicht mitgenommen, ne? Ja. Ja, beim nächsten Kill, da sind welche auch vor uns. Bei O, bei O. Oh, bei dem Holz. Links bei den Nazis sind noch welche. Die müssen hier hinterm Berg sein. Ah ja, ich seh die. Schieß noch nicht, Piero. Schieß noch nicht, schieß noch nicht. Oh, oh, das sind übel viele. Ja, schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht. Ja, dann lass erst die vor uns holen, aber. Ja, hol mir grad. Ich geh da grad hin. Ich seh die nicht hier bei dem Holz, oder? Ja, die müssen hier sein. Einer safe, den hab ich gesehen grad. Oh, da ist ein großer Drang. Krieg den. Zweißen da. Einer wieder bleibt sich. Das ist doch unfair, was du magst, Piero. Warum? Ich hab da links auch einen da. Ja. Und rechts ist noch einer. Ja. Ja, genau. Er ist der beste Spieler der Welt. Ja. Hier ist so ein fetter Drang, Masi. Nimm's so. Digga, das dauert halt jetzt acht Jahre, bis ich den nehme, ne? Warte kurz, stay down, stay down, stay down, Piero. Aber hat einen, glaub ich. Oder nicht? Nein, ich muss nachladen. Alles weak. Okay, komm. Digga, ich bin gesund, sie noch nie. Oh mein Gott, zwei liegen da. Masi, schieß auf dich. Zwei. Und Piero, hol den letzten. Der wird eh nicht. Oh, 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 oh. Guck mal, der ist da oben angebaut. Ja, der ist da oben, der ist da oben. Der hat sich dazu gebaut. So in dem Scheißding da. Haben wir hier eine Raketenelf irgendwo. Ja, haben wir nicht. Aber bei dem einen müsste einer liegen oder müsste nach vorne gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Schieß weiter, schieß weiter. Pika. Schieß weiter, schieß weiter. Ja, spray und er geht einfach einen Raketenwerfer holen. Und seine Mates sterben eh. Ich kill seine Mates. Aber wenn der nicht runter. Er hat einen Hit, er hat einen Hit von mir. Jetzt ist vorbei, mein Freund. Ich hab so viel Muni, Digga. Ich hab so viel Muni, der soll so viel machen, wir. Das Problem ist die Zone, wir müssen laufen, dürfen uns nicht zu viel annehmen. Hast du noch einen Hit von mir, Masi? Oh, da liegt noch ein großer Trank. Einer von links unten, gell? Da bin ich nicht. Digga, hier sind zwei große Tränke. Oh, es ist Masi, Masi. Es war rechts unten. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Rechts sind nur unten. Der hat eine Falle gebaut, gell? Digga, Piero, du musst hier herkommen. Du musst es hier nehmen. Du musst es hier nehmen. Ich hab keinen Jumper. Ich hab keinen Jumper. Hier ist eine Raketenwerfer. Aber da vorne ist noch eins, wo ihr gerade gechillt habt. Ja, ja. Da, oder? Ne, ich nehme den großen hier raus. Rechts ist da noch eins gebaut, ne? Dort bin ich gerade. Nehm auch den Raketenwerfer hinter dir. Ey, ich hab so viel Platz hab' ich nicht. Ich muss einfach durchziehen kommen. Medikids Meter. Ich hab drei, ich hab drei. Ja. Digga, du musst den Raketenwerfer eigentlich unbedingt nehmen. Ich hab keinen Platz für, kann ich nichts machen. Digga, das ist wichtiger als alles andere. Ja, ja. Ich weiß. Dort wo ihr gerade wart. War ein Jumper, oder was? Ja, ja. Auf dem Boden, aber. Wo, da wo Piero ist? Ja, dort wo die Waffe ist. Die Shotgun. Piero, schau mal. Ist nichts, ne. Nicht, dass sie das kaputt geschossen haben. Also, da war wirklich eins. Lauf mal weiter. Ach, du meinst, ich weiß was du meinst. Ach, du hast schon aufgesetzt. Aber das war ja... Genau, genau das aufgesetzt. Ja. Aber ihr habt ja trotzdem... Ja, ne. Ja, so ein bisschen etwas gebracht vielleicht. So ne, ist eh nicht so schnell. Ja, ich schaff's eigentlich. Ich hab drei... Ja, ihr habt ja auch eben Medikits und alles. Ja, ja. Ich hoffe nicht. Oh, ihr schaff's safe, man. Komm, wir gewinnen den Hasen. Ja, guck mal. Es sind eh nur noch sauwenige. Digga, da lagen einfach so viel von diesen 200er Tränken. So krass. Kann man den stacken? Ah, ne. Der hat ja nicht mal ne Anzahl dort. Ich hab auch noch Raketenwerfer. Aber ich frag mich, was du jetzt dem Raketenwerfer bevorzugt hast, Piero COD. Ich hab, naja, und zwei Shotguns. Bei Medis und diesen Riesentrank. Ah, ok, ja. Dann... Ich mach diesen Double Pump. Double Pump Action machst du, ja. Deswegen hab ich ja gesagt, das ist ja unfair, man. Raketenwerfer ist noch unfairer, Digga. Du siehst einen, du brauchst ne Treppe und auch noch sein... Ah, ich glaub, die waren links, die waren glaub ich hinten. Ja, ja. Wo, wo? Die haben mich noch nicht gesehen bei... Ja, schieß dich. Die müssen aus der Zone raus. Drei Mann sind das, gell. Drei Mann. Jetzt könnten wir schießen, jetzt könnten wir schießen. Wollt ihr die erste Deckung bauen? Nein, nein, nein. Oder? Ich schieß jetzt, ich schieß jetzt. Schieß auf den anderen. Ja. Einer ist down. Super, schieß. Die sind hinterm Baum versteckt. Nicht so gut, Digga. Das hat die eigentlich. Oh, der hat auch krank. Oh mein Gott. Er hat noch so einen Ding. Ja, knall den, knall den, knall den. Oh mein Gott, Angta. Er hat immer noch eine gute Zeit. Er ist, die nutzt alle Zeiten, was hier passiert. Degga. Und wie viele Ressourcen. Holy moly. Gimme that. Gimme that. Gimme that. Aber soll ich lieber die blaue... Oh man. Ich nehme lieber die blaue Shotgun, oder? Ja, komm. Hast du verdrückt, oder? Ja. Komm, Piero. Komm, Piero. Komm, Piero. Hast du den großen Micken genommen lassen? Vielleicht großen Trank? Dahinten? Genau, wieder mitnehmen. Die sind epischen, oder was? Ja, schau. Ja, nimm den mit, Piero. Oh, da snipe die eben von hinten. Piero, nimm mal diesen Trank und lass... Ich hab dich gesnippt. Ich weiß nicht, kam schon in unsere Richtung, ja. Nimm mal diesen fetten Trank, schnell mit und lass abhauen. Ich hab 1000 AR Shows. Ja, der ist nicht... Der ist nicht... Der ist nicht... Der ist vor uns, der ist vor uns. Wo denn, wo denn? Ah, der schießt dich ja... Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Drei, drei, drei. Vier, 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 vier. Das sind die letzten, das sind die letzten. Das sind mir. Nassi, bau dich zu. Den fetten Trank gleich, wenn du Zeit hast. Soll ich nicht droppen? Nee, ja, musst du nicht. Baut lieber irgendwas zu, dass die euch nicht so richtig können. Links von dir, Piero. Nein, da bin ich hier, man. Oh, 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 über uns. Oh, nice, komm. Oh, 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 nice. Oh, komm. Wo ist denn los, Piero? Komm, Piero. Hinter uns, Piero. Hinter uns, Piero. Oh mein Gott, einer noch. Der hat die Treppen hoch. Die Treppen... ...aufkommen. Ah, da ist er... Noch einer Masse, hier hin. Oh mein Gott, Piero, Digga. Der ist echt egal. Wie haben wir das gemacht? Ja, ich hab den zugefügt. Alter, ich war so verwirrt am Ende. Wie viele Kills hast du, Piero? Neun nur. Ich hab 15, oh mein Gott. Digga, ich steh vor drei Mann mit dem scheiß Punk in der Hand, weil ich mich verklickt hab. Da hab ich vier auf Hits auf einmal kassiert. Das war's von dem Video, Leute. Schaut bei allen vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Twitter, Twitch, dies, das. Oh, auf einen. Oh ja. Oh, oh nein. Die Möte. Tja.